Der Renault, den wir hier sehen, bietet jede Menge Platz und praktische Möglichkeiten. Er hat einen Dieselmotor und eine Automatik. Auf der Zubehörliste dieses Autos finden Sie unter anderem eine Klimaautomatik, einen Regensensor und Zentralverriegelung. Möchten Sie eine Probefahrt mit diesem Renault machen? Dann rufen Sie uns jetzt an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017